ARD Text im Auftrag von Funk Du brauchst zwei Du brauchst zwei davon Du brauchst den Anfang und das Ende brauchen Ach ja, stimmt ja Ja, da musst du noch eins produzieren Alles egal Ist ja wohl nicht das Problem, oder? Oh mein Gott, diese Zeit Okay, die kommen jetzt dann hier also an Sprich, die kriegen dann hier auf die Fresse Da bauen wir noch einen hin Da bauen wir noch einen hin Und wenn wir es können, bauen wir hier auch nochmal einen hin So Jetzt haben wir wieder einen kleinen Überschuss an Wir werden angegriffen Oh ja, da oben So Sven, wir haben Produktionsstätte Nummer 2 endlich So, alles klar, haben wir gebaut Unten steht Verteidigung jetzt auch Müssten wir gleich nur gucken, dass wir links dann auch gleich noch was bauen an Verteidigung Falls die da kommen So, dann baue ich mal eine Produktionsstätte Nummer 2 Und wir gucken mal, was erforscht wir denn jetzt Wollen wir mal ein bisschen mehr auf Verteidigung vielleicht gehen Ja, würde ich sagen Nach dem Schock Guck mal, was können wir denn bauen Können wir vielleicht bessere Geschutztürme vielleicht einfach mal bauen Lasertürme Dafür brauchen wir noch was anderes Lasertechnik, Batterien brauchen wir dafür Was du uns gemacht hast Weißt du, was wir machen, Sven? Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt einfach mal den hier Wir machen uns jetzt einfach mal einen Anzug Eisenrüstung, weißt du Da halten wir ein bisschen mehr aus So, dann baue mal hier Ich weiß nicht, wie du diese Häuser baust Wie baust du die? Wie baue ich die? Die kannst du einfach in Produktion Geh auf Produktion Dann hast du doch hier Montagemaschine Montagemaschine 1, Montagemaschine 2 hast du doch da, Sven Sag mal, siehst du das nicht? Ach, da Ne, habe ich nicht Ist egal Also, falls wir eine Dampfmaschine brauchen Ich habe mal eine gebraucht Das ist gut, das ist gut Ähm, tu die mal Bau die mal drüben an, die Dampfmaschine Hier, warte Bau die hier drunter Hier müsste eigentlich noch genug Platz sein Hier, wo ich gerade laufe Okay Und ich habe auch noch Rohre 2, 3 Stück Ne, passt leider Doch, doch, oder? Hier rum müssen die Ist es egal Ja, daneben quasi Dass die hier daneben steht Ja, weg da Fuck, wir haben halt Mein Rohr zu wenig Scheiße Ich baue zwei Rohre eben So, läuft Das selbe mit die jungen Gerle Okay Merdampf So, wir können uns eine Rüstung bauen Merdampf Merdampf So, wir können uns eine Rüstung bauen Sven Jawohl Da produziere ich mir doch Ich mache irgendjemand sich das Ding Kampfer ziehen Guck mal hier Ich kann einen kleinen Geschützturm bauen Ah, Sven hat also endlich die anderen Rubriken gefunden Und ist nicht mehr nur auf Logistik Ich bin der Mann hier für Ich bin hier Okay Wir brauchen Eisenplatten Das ist gut Das ist einfach Okay Bauen wir denn jetzt hier Ja klar, dass ich jetzt keine Zahnräder habe Ja, Mann Guck mal, wie ich aussehe Wuh Haha Ich bin auch hier Käpt Karaho, Junge Ah, cool Wir brauchen davon aber mehr, sehe ich gerade Alles klar Eisenplatten Wo seid ihr? Kein Problem hier Ich brauche nochmal drei Stück davon War geil, Junge So, verteidigung Was drücke ich denn hier? Was brauche ich denn noch? So, ich muss eine davon bauen Um die zu So So Elektronik Und hier müssen jetzt die Arme gebaut werden Arme So, wir brauchen jetzt also hier die Stahlplatten Die haben wir schon Äh, dann brauchen wir noch das hier Und wir brauchen das noch Das heißt, wir machen jetzt einfach jetzt folgendermaßen Machen das mal gerade hier so weit weg Ähm, dann machen wir den Arm hier hin Da noch ein Arm dran Bam, bam Äh Hast du wieder falsch umgebaut? Fuck off So Dann baue ich den Strom Und Strom Ja, Strom, genau Bauch Strom So, und hier machen wir es uns leichter Hier machen wir einfach einen langen Arm hin Ich würde sagen, haben wir da auch, ne? Dann noch Eisen, ne? Müssen wir Eisen bauen So, ja, noch ein Eisenarm Stimmt Dann baue ich den eben Ich hab schon einen Arm Ne, w-w-w-w-w-w-w-w-w-wash Denn da Brauchst du doch nicht Warum? Guck mal, reicht doch Zack, mach da doch Was willst du eigentlich? Das ist nicht so eigentlich Aber der ist gut Der ist gut, der ist gut, dass du den hier gebaut hast So, wir können nämlich dann die Ähm, die Ärmchen Hier dran setzen Ist er da überhaupt dran? Ja, du musst das Bunch auch schon so bauen So, wir setzen nämlich die Arme jetzt automatisch immer hier rein Und dann läuft die ganze Geschichte hier Guck dir das mal an, wie schön das läuft Ja, dann haben wir ja jetzt unsere Produktion in Sachen Forschung immer Gesichert, ne So, okay, ja, läuft doch alles, würde ich sagen, wa Das Problem ist einfach, die Armproduktion Die Flaschenproduktion dauert halt ewig Ja, das ist halt das Hauptproblem Wir müssten vielleicht danach mal Nach der Verteidigungstechnik mal gucken Dass wir vielleicht mal langsam die Powerups, äh, die Powerups Die, ähm, Upgrades mal bauen Wo sind die eigentlich nochmal, wo waren die nochmal drin? Powerups Die Upgrades Die nochmal die Upgrades Ach hier, da sind sie doch Dafür brauchte ich Wir produzieren Module Wir produzieren wieder viel zu viel Unten werden wir angegriffen Ich guck mal gerade nach Aber meine Türme müssten hier unten eigentlich halten Jo Sie wurden abgeknallt Aber ich finde, das läuft ganz gut hier Ja, außer dass wir viel zu viel Kohle wieder haben Ja, nehmen wir halt einen vom Band Vielleicht sind ja wirklich drei zu viel Vielleicht brauchen wir wirklich einfach nur zwei Ja, ich habe schon eine vom Band genommen Ach so Ja Hallo Wollte einfach mal Was ist, was ist hier? Oh Schon wiedergezeigt Hey, komm Wo seid ihr? Da oben fehlt Munition Sibi, das ist deine Aufgabe Ja, schon dabei Oh, ich habe nichts mehr Fuck Ich habe nichts mehr Leer geschossen Oh Immer ein bisschen Kohle holen Und da unten die Befeuerung weiter an Bleiben 275, das ist gut Cool Direkt hier oben wird angegriffen Sehr gut Haben Seile gefickt Sehr gut Geht der auch mal Ey, Sibi, du bist auch der Knaller, ey Wieso? Du brauchst hier unten einen vierten Steinofen, ja? Ja, oder? Aber vergisst einen Arm hinzusetzen Dass der auch die Steine rausholt Wenn sie fertig gebacken sind Ja, ich war ja noch nicht fertig Da wurden wir ja gerade angegriffen Als ich da dran war Ja, ist halt so Immer diese Ausreden Läuft's aber Läuft aber hier auf jeden Fall alles Ja gut, die Bänder stehen Weil halt Flaschenproduktion halt scheiße Jo Was willst du das machen? Ja, kann man halt nix Können wir den Säm-Kla-Bubsch Wir können den Säm-Kla-Bubsch nochmal bauen Und zwar hierhin Könnten wir machen Weißt du, was ich mache? Warte, ich hab kein Eisen mehr Sven Nimm dir ein bisschen was Wir haben davon ein bisschen was Ich hab die Mauer dann jetzt endgültig mal geschlossen Sie war nämlich doch offen Hier unten war noch ein Stein noch nicht am stehen Ach ja Mein Baum! Mein Baum! Geh weg! Ah ja Bauen wir jetzt erstmal Stahlspitz-Axt Und ein Reparatur-Kit Auch nicht schlecht Da sieben Jahre später immer alles kaputt fahren wird Ist das mal keine so schlechte Idee Stahlspitz-Axt ist eigentlich eine ganz gute Idee Machen wir mal gerade So, da bauen wir uns mal eine Stahlspitz-Axt Dann geht das nämlich Nicht nur eine Ich würd mir direkt mal Zehn Stück oder so bauen Boah, ich hab jetzt fünf gemacht Ich bin ja nicht so gierig wie du Achso, man sollte sie dann auch einsetzen Eine Idee, ne? Alter, wie schnell das jetzt geht Ja Zack Dreieinhalb Schläge und der Baum liegt Was denn jetzt? So, hier haben wir noch Stein vorkommen Sind voll die Asis Wir roten einfach den ganzen verschissenen Wald, ey Wir wollen hier weg Da ist mir scheißegal, was hier noch nachher ist Wenn ich hier weg bin Ich glaub, in der Story steht drin, dass du den Weltraum erkunden willst Und deshalb baust du das, glaub ich Natürlich, ich baue erst eine komplette Wie heißt das hier? Industrialisierung auf Und dann verpiss ich mich einfach Ja, deswegen ja Deswegen passt's ja dann Ist das der Hammer, ey Ich komm mir manchmal so ein bisschen vor, ne? Wenn uns die Fiecher angreifen Wie so ein Stasche Troopers, ey Die Bugs Bugs Jede Menge Bugs Weil es sind ja auch so eine Art Insekten So wie die aussehen Ja Auf jeden Fall So, ich hab dann mal hier den halben Wald abgerodet So, dafür hab ich auch nicht genug an, äh, ne? Zeug und so So Ich hab so viele Produktionsbänder jetzt, ne? Ist der Hammer Ich eben die, eben die eine, die eine Truhe, äh, gekillt habe Wo die ganzen Bänder drinne waren Wenigstens geht das Bäume schlagen hier schneller als wie in Minecraft, ey Das ist immer nur so nervig, ey In Minecraft Muss ich den ganzen verfickten Stamm immer abbauen, ey Weiß auch nicht Das hat der Notch irgendwie verhauen, wenn du mich fragst Ich mein Logik hin oder her Klar, es gibt doch keine schwebenden, schwebenden Steine in, in, in echt Aber trotz der Idee, wenn du, wenn du einen Baum abhaust Hättest du wenigstens die Logik reinmachen können Wenn du den unteren Stamm abholst Dass der obere Stamm direkt komplett weg ist Mhm Ja, es gibt, klar, es gibt auch Mods dafür, ne? Die, die Timber Mods Aber trotz der Idee, das ist ein bisschen Quatsch irgendwie Ich weiß auch nicht Guten Überschuss an Kupferplatten Aber das ist ja nicht so schlimm Man kann nie genug haben Würde ich auch sagen Lieber, lieber zu viel als zu wenig, wa? Ja Das ist wohl wahr Das ist wohl wahr Das ist halt auch immer der Spruch, den ich mir bei meinem Bauch denke, weißt du Lieber zu viel als zu wenig Warum ein Sixpack haben, wenn man ein ganzes Fass haben kann, ne? Ja, ist das so, ja Ja, ja, ich kenn das So, Steineproduktion Auch noch Kupfer Ach ja Ja, der Wald ist jetzt so gut wie Industrialisierung Sie ist weg eigentlich, der Wald Äh, wir werden von unten angegriffen Steht da Verteidigung? Ja Da müssen die Verteidigung stehen hier unten Das ist schon gut, ne? Ich muss sagen, ey Du stellst die irgendwie ganz gut Die Verteidigungsdinger, ne? Ja, ich stell die halt dahin, wo die Viecher halt kommen können Aber wie man sieht Ich hab die auch fast rundherum gestellt, ne? So, ich werde jetzt aber eh dafür, dass ich gleich noch ein paar mehr davon baue So, wir werden mal gleich, schätze ich mal auch Bisschen von Kupfer weggehen Kupferproduktion Ich glaub drei reichen Brauchen wir gar nicht, oder? Was? Ja, Kupferproduktions Da haben wir jetzt schon zu viel Lass doch Lass doch, ist doch egal Nein Passt schon So Sehr gut aus Wir haben ja nichts in Auftrag, ne? Das heißt Ich geh jetzt ein paar von unseren Eisenplatten Und pass mal auf, guck mal was ich jetzt mache Ja, wir werden angegriffen von links und von rechts Ich geh mal rumgucken Hier ist schon wieder alles tot Ja, hier oben auch Alles tot Alter, liegen hier viele Ey, Alter, guck dir das mal an Was das für ein Leichenberg hier ist, ey Das ist der Oma-Hammer, ey Echt? Jo Ja, ich schätze mal, dass wir Irgendwann nicht drum rumkommen, da hochzufahren Und die einfach mal zu vernichten Vielleicht Weil die werden auch, glaub ich, immer größer Guck mal, ich hab das Gefühl, dass die Dinger oben größer geworden sind, ne? Hab ich so ein Gefühl Was ist denn, wenn wir jetzt mal so anfangen Vielleicht mit Autobau oder irgendwas Ja, können wir machen Dann müssen wir aber erstmal den Motor bauen, ne? Den Motor müssen wir als nächstes machen Der kostet 50 von beiden Also das heißt, ja Müssen wir Mal machen So, ich werd's dafür Lass mal, ähm Das gleiche nochmal bauen hier Damit wir zwei davon haben Okay Vielleicht auch die, ähm Die, äh, die Forschungsstation verschieben Ich würd sagen, pass auf Lass mal die Forschungsstation hier in die Mitte setzen Vielleicht mehrere davon Und lass mal ungefähr hier Dasselbe noch einmal bauen Was wir gerade hatten, oder? Ja, gerade Soweit ich weiß, kann man auch planen Also ich würde Ich würde vielleicht Eine zweite Forschungsstation bauen Ja, weil Ich würde auch planen Planungsmodus Shift und links Linke Maustaste Shift? Ich drücke noch Shift Hä? Moment Option Tastatur Äh Planungsmodus Shift Linke Maustaste Ach, Shift links Nee Das geht gar nicht Hä? Lol Ich drücke noch Shift Äh Okay Irgendwie funktioniert das nicht Hast du deine Umschalttaste vielleicht? Nee Die ist aus Ich drücke noch mal Shift Ach, ist egal Scheiß drauf Egal So Ähm Was geht's denn? Was wolltest du denn machen? Ich wollte den Planungsmodus mal ausprobieren Wie das funktioniert Äh So Ich würde sagen Ich würde sagen Bohre bauen wir mal noch ein paar Und ich würde sagen Lassen wir mal so vielleicht Lassen wir mal so eine Art Kreislauf bauen Der um die Forschungsstationen rum geht Vielleicht dafür Ich würde aber nicht mehr wie zwei Forschungseinrichtungen bauen Weil Hier 19 und 18 Okay wir kommen Ja gut dann noch eine Gut dann kommen wir mit der Produktion her Von den Fläschern Also ansonsten müssten wir Zwei oder vier erhöhen Ja komm Drei reichen doch Ja dann bau halt Drei reichen doch oder? Sag mal können wir immer noch nicht die großen Strommäste machen oder Gibt's nur die? Nee da müssen wir Elektrizität zwei müssen wir da machen Ja schön Und das ist dann quasi der Produktion Der ähm Der Ding ist halt dafür Wo halt hier dann Die Fläschchen drüber laufen Weißt du? Lassen wir einfach im Kreis laufen Die ganze Zeit so Also machen wir noch so eine Art Mischer Der das dann auf beide verteilt Dann haben wir hier immer Immer Fläschchen im Umlauf Weißt du? Achso wir sind fertig Achso da willst du nur die Fläschchen haben Ja Ach guck mal hier wir können auch Äh Schadenserhöhende Geschütztürme 1 können wir bauen Guck mal Oh Oh was du willst Ja du willst doch unbedingt Ähm Ähm Ein Auto haben hast du gesagt Nee ach quatsch Ich hab das jetzt nur so gesagt Also pass auf Gehen wir mal logisch an die Sache ran Was brauchen wir momentan Guck mal wir kommen noch momentan Mit der Verteidigung kommen wir doch hin Ne Verteidigung ist doch gerade kein Problem Dann Bau Verteidigung Ne ne warte mal Guck mal Verteidigung brauchen wir doch nicht Wir haben doch kein Problem mit Verteidigung oder Ich meine die Geschütztürme die wir jetzt haben Die ballern doch alles gut weg Ne So was haben wir dann Äh du wolltest die Stromleitung gerade haben Wir kommen ja eigentlich so mit dem Strom den wir haben gerade hin oder Theoretisch Dann würde ich sagen Weißt du was Aus Auto Wir machen einfach den Motor Ja Motor ist in Auftrag So Moment So jetzt war ja erstmal wieder Ähm Fuck ich brauch Zeug Gib mal hier mal Nehm dir Nehm dir Ja ich hab mal ein paar Platten So jetzt hab ich wieder Zeug zum Bauen So ich brauche Moment Was soll ich jetzt nochmal machen Ah ja Stimmt ich wollte eine Stromleitung bauen Holzbohlen Fuck auf Ich brauch dafür verdammtes Holz Ja ich hab ja zum Glück ein bisschen was gerodet Ne So Bauen wir mal so 20 davon Müssten dann ungefähr 40 Holzbohlen Ich hab mal ein paar Maschinenpistolen Weil ich so viel Stahl übrig hatte Ja äh Lass mal mal Willst du vielleicht mal Ach wobei das kann ich auch machen Willst du vielleicht mal Nein Möchte ich nicht Ich mach jetzt nämlich wieder noch ein paar Geschütztürme So Dann würde ich sagen Dann würde ich sagen Machen wir das einfach so Dass die von da hier Die werden hier aufgelegt Ne Ist aber ganz schön gay Die machen das anders Moment Moment Sind jetzt hin Da Ja das würde klappen Ja das passt Und dann theoretisch eigentlich nur Von hier Dass er sich von darunter nimmt So Also mit der Forschungseinrichtung Willst du die dann jetzt einfach so lassen oder was Ja Scheiß drauf Scheiß auf die oder Weil wir können den Wir können den Kreis noch größer bauen Ne Dann können wir die Die vierte auch noch einbinden Lass erstmal so Weil sonst kommen wir glaube ich nicht mit dem Komm mal hin Doch Doch Ich lass so So lassen Okay gut Deiner Sicht so So Wir müssen ja jetzt erstmal drauf hoffen Dass die Produktion So viel herkriegt Dass sie Auch alle Fläschchen kriegen Aber das sieht ja eigentlich ganz gut Eigentlich schon ja Roten gegriffen Grifte hinhauen Okay Ähm Ich gehe mal eben Geschütz zu besetzen Mach du mal auf ihn Dann willst du ruhig weiter Ich bin ganz ehrlich Glaube ich würde noch Noch eine rote und eine grüne Fläschchen Fabrik bauen Das habe ich doch gerade gesagt Das wollte ich doch machen Habe ich doch gerade eben gesagt Achso willst du noch Jaja deshalb habe ich doch gerade Da hat es angefangen Den Kreislauf zu verändern Wo willst du die hinbauen Drüben noch hin oder was Äh äh rechts von dem Kreislauf Den ich gebaut habe Für die für die für die Labore Rechts von dem Kreislauf Wollte ich die bauen Äh Auch wenn wir hier über die Steine bauen Ist scheiß drauf Ist egal Ja Pass auf dann Fang mal hier unten an Ähm Warte warte Ich habe die Gebäude sogar Warte ich habe sogar die Gebäude hier Warte ich hau dir mal Ich hau dir mal Weil ich kurz Verteidigung mache Ja Ich hau dir ganz kurz die Gebäude Mal eben hier rein Äh Band kriegst du von mir noch Und Reifarme kriegst du von mir sogar noch Lass mich mal eben Verteidigung nämlich setzen Ich geh kurz Ich brauche nämlich eben Ein paar Magazine hier Ja Es ist cool dass wir das Ding hier stehen haben Was uns mal eben so ein bisschen Magazine baut Ist cool Kann mir immer wieder schön nachfüllen Weißt du Noch mal so 20 überall rein würde ich sagen Das passt schon Auch ein Geschützt Warte bewaffne ich den direkt Warte nehm ich nur einen Nehme gerade einen wo du sagst Verteidigung Na das ist aber komisch So hier mach mal Kupfer Mach mal die Kupferdinger Dann müsste das weiter gehen In Warte grün ne So 20 auch hier Brauchen wir dann wieder ein bisschen hier Die sind nämlich fast leer die Dinger So und dann Ich habe es aber jetzt mal hier auf Da hin rein Da hin rein Ich habe noch meine 100 die ich hier eingestecken habe Die teilen wir auch nochmal eben auf So und dann haben wir hier quasi auch alles Schon mal belegt Ich glaube Unten ist ein bisschen Bewegung Oder Kann das sein Da bewegen sich auch ein paar oder Oh Ich meine unten bewegen sich ein paar Viecher Die kommen glaube ich gerade hin Könnte sein Hm Oh, ich hab mich mal an unserer... ...Gegens bedient. Ich hab's mal hier ein bisschen heller gemacht, guck mal. Das war alles ein bisschen heller hier, das Ganze. Hier, das Metall bei. Soll ich schon mal anschmeißen? Mir ist das egal. Bin nur gerade am überlegen, wie wir das weitermachen jetzt. Schauen wir das am besten jetzt weiter. Ja, überleg, du brauchst halt jetzt noch quasi... ...Bauchen auf jeden Fall... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ungefähr. Ja, ja, Zahnrädchen brauchen wir auf jeden Fall noch. Genau, baut das am besten so, dass wir jetzt hier nur einen haben für Zahnrädchen. ... oder? Oder, nee, am besten, dass wir zwei haben für Zahnrädchen. Ich geh eben gucken. Ja. Aber bis wieder ankommen ist meistens immer alles tot. Bei hier auch immer direkt. Okay, ich hab noch 13 Geschütztüme, sehe ich gerade. Dann bauen wir die nochmal gerade eben. So, hier bauen wir Zahnräder, ja? So, von den Zahnrädern bauen wir dann... ...bauen wir dann die Greifarme. Das heißt, ich brauch Gebäude zwei. Dann muss ich eins herstellen. Jetzt brauch ich echt mal einen Arsch voll Magaziner, ey. Natürlich hab ich keine... Das heißt, ich brauche wieder. Ich hör mir, number diese Gäste. Ich schaue die Gäste. Ich schaue die Gäste. So, hier werden wir dann mit dem Zahnrädchen. Und wo ich dann... Moment, ich brauche einen intelligenten Greifarm. Bauen wir das. Bauen wir das. Bauen wir das.